Oh, ich habe vielleicht ein Offset für Navia gefunden. Crit, crit, crit. Oh, Hyrule Crit Damage. Crit. Aber es ist doch ein Navia-Account. Es ist ein Navia-Account. Ah ja, geil. Holy shit, das sieht jetzt schon gut aus. Crit, crit. Oha, oha, wait, wait, wait. Hab ich das, hab ich das... Still good? Oh mein Gott. Okay, das letzte waren jetzt Min und Lowroll auf den Crits, aber wait a sec, das ist 40... Finde ich gut, ja. Let's go. Einmal zum Gnome. Bitte was? Du hast einfach diesen Gnom-Sound gemacht. Äh, ich weiß nicht, was meins. Okay. Ah, ich habe eigentlich keinem Donut, was meins. Ach so. Sorry. Okay, das ist actually not bad. Wait. Okay, ich overcap a crit. Fuck. Und wie viele Crits hast du deine Navia? Ähm, habe ich in Attack-Sense? Vielleicht ein bisschen weniger. Äh, ich habe, äh, 68, aber ich spiele mit Magische C-Hunter. Was hast du gesagt? Das ist, das ist geil. Actually, das mag ich. Das Goblet ist weg. Welchen du okay hast. Ja, ja. Mhm. 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 Vielen Dank.